Heute ist Tag 13, Etappe 12. Wir haben die 40 km geknackt. Wir laufen von Casas de Reis nach Padron. Kurze Etappe heute. Heute wird es warm. Auf geht's! Geht noch? Ja! Läuft! Au! Da ist ein dickes Grund hier im Kopf geschlagen. Wir haben die neuen Begleitung. Oh! Turi Grinus. Hier schlafen 32 Menschen.